Meditation, Regenerierung deiner Zellen durch deinen Seelenraum. Text und Musik Barbara Masur Vergewissere dich, dass du die nächsten 10 Minuten vollkommen ungestört bist. Begebe dich an einen Ort der Ruhe und lege oder setze dich bequem hin. Komm langsam zur Ruhe und atme tief ein und aus. Ein und aus. Lass deinen Atem fließen, so wie er es möchte. Alles ist genau richtig. Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf deine Füße. Fühle, wie sie den Boden oder die Unterlage, auf der du liegst, berühren. Und stelle dir vor, wie dicke grüne Wurzeln aus deinen Fußsohlen in die Erde wachsen. Mit jedem Atemzug werden sie länger und länger. Verästelungen zu allen Seiten geben dir sicheren Halt, während die Wurzeln weiter bis zum Mittelpunkt der Erde wachsen. Dort angekommen, halten sie sich am großen Erdkristall von Mutter Gaia fest. So, dass du nun vollkommen sicher mit der Erde verbunden bist. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf dein Kronenchakra. Stelle dir vor, wie sich dein Kronenchakra weit öffnet und wie Erzengel Metatron eine Lichtsäule aus reinen, weißen, glitzernden Lichtfunken in dein Kronenchakra strömen lässt. Spüre diese Verbindung und den Halt, den du jetzt von oben und von unten hast. Du bist vollkommen in Sicherheit. Nichts kann dich ins Wanken bringen. Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf dein Herz. Spürst du die Liebe, die dort inne wohnt? Dein Herz ist der Quell deiner Liebe. Der Raum, in den du dich zurückziehen und regenerieren kannst. Du trittst nun ein in deinen Herztraum und siehst es überall vor Liebe nur so funkeln und strahlen. Eine wohltuende Wärme steigt in dir auf. Du fühlst dich sicher und geborgen. Neugierig schaust du dich um. In der Mitte entdeckst du eine Quelle aus reinem Licht. Dies ist deine Quelle der Urliebe-Licht-Energie. Sie wurde vom Schöpfer in deinem Herzen hinterlassen. Tritt nun näher an die Quelle heran. Mit jedem Schritt, den du näher an deine Quelle herantrittst, spürst du die bedingungslose Liebe zu dir wachsen. Du fühlst du die Kraft in dieser Energie und steigst jetzt in deine Quelle. Lege dich ganz entspannend in die Urliebe-Licht-Quelle. Du bist vollkommen sicher und getragen von dieser einzigartigen Energie der Liebe und des Lichtes. Stell dir vor, wie sich die Energie aus reiner Liebe und reinem Licht um deinen ganzen Körper hüllt. Mit jedem Atemzug atmest du diese wundervolle Energie der Liebe und des Lichtes ein. Und mit jedem Atemzug atmest du verbrauchte Energie wieder aus. Auch die Poren deiner Haut öffnen sich, sodass die Liebe-Licht-Energie ungehindert in dein Körper strömen kann. Ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit, dich treiben zu lassen und die Energien in dir aufzunehmen. Leren sich in. Leren sich in. Leren sich in. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit dem nächsten Atemzug bewege deine Finger und Sehen ein wenig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020